4,5 Millionen. So viele Beschäftigte der größten Branchen benötigen täglich hygienische, saubere Berufskleidung. Für sie bedeutet die Kleidungsausgabe oftmals ein großes internes Logistik- und Lagerproblem, sprich Platz-Raumangel. Mit dem Smart Locker-System von Gemotex gewinnen sie Fläche zurück und gestalten die Textilausgabe effizient und platzsparend. Ein Smart Locker ersetzt den Bedarf für jeweils einen Spind pro Mitarbeiter. Hinter dem schlanken Ausgabeschalter befindet sich das vollautomatisierte Ausgabe- und Lagersystem für Berufskleidung. In Sekundenschnelle wird das nächste freie Fach gefunden und dem jeweiligen Kleidersack zugeordnet. Damit kein Diebstahl möglich ist, befindet sich die Kleidung in einem abgeschlossenen Raum. Über einen RFID-Chip wird der Mitarbeiter erkannt und erhält Zugang zu passenden Kleiderstücken, gesammelt und geschützt in stabilen Kleidersäcken. Der Kleidersack ist von beiden Seiten verwendbar, sodass die Berufskleidung entnommen und die Privatkleidung sicher aufbewahrt werden kann. Zusätzliche hygienisch getrennte Fächer für Schuhe und andere Wertgegenstände sorgen für mehr Ordnung. Dank Belüftungslöcher im Kleidersack kann nasse Kleidung schnell trocknen. Profitieren Sie darüber hinaus von Platzersparnis, 24-7-Zugang, Schutz vor Diebstahl, einem Spind für viele Mitarbeiter, reduzierten Laufwegen und einer sicheren Aufbewahrung. Kein Spind verbindet Smart und Locker so gut wie das Smart Locker System von Gemotex. Und zwar in jeder größeren Branche. Sei es in Krankenhäusern, Pflegedienst, Gastronomie oder in Hotels. Für ein hygienisches und nachhaltiges Lager- und Ausgabesystem nach Maß. Wir beraten Sie gerne.